Hallo Willkommen zurück zu Let's Play Princess Pete's Adventure Im letzten Part hatten wir eine Einführung gehabt, nun sind wir in der Festgeschichte gelandet und etwas seit hier nicht so stunden Oh, oh, oh nein Jemand wurde verletzt Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Jetzt verstehe ich es Ich habe eine Idee Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen Jetzt kannst du mit dieser Sly für die Funkelkraft verwenden, Pete's Los, dieser Theater braucht Funkelkraft Yes Okay, sagen wir doch mal mit B Kann ich ihm Kraft geben mit meiner Sly für die Schleife Und jetzt fühlt er sich gleich viel besser, das war super Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag Sie erfrisst und bringt alles zum Strahlen Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen Let's go Let's go Oh, schön Und hier ist wieder alles ganz normal Boah, das sieht so schön aus Aber wir sehen besser einmal nach, ob im Schloss alles in Ordnung ist Okay Ja Kann man hier rein? Nö Das sind alles nur Requisiten Aber hier Kann irgendwas los sein Oh, 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 oh Da sind Böse Das sind die Zürken Sie machen wohl immer noch Ärger Aber nichts mal lange Nichts mit mir So, wenn man jetzt A plus B drückt Kann man also eine Funkelkarte Okay, probieren wir es doch mal Und dann rennen die Gleis alle weg Easy Ich wusste es Gegen die Funkelkraft haben diese Gestalten keine Sorgen Also A plus B ist da die richtige Kombination Also Auch hier Bam Bam Wieder einfach wegspawnt Ja, ganz schön dreist sind die ja natürlich So, mit A kann man hüpfen Das haben wir schon festgestellt Genau, das ist quasi ein bisschen so die Einführung hier in das Game Du, ich habe keine Sorge, das ist ein bisschen anders Ah, wir sammeln Münzen, sehr interessant Und auch Enya haben wir heruntergeholt Also Es sollte jetzt natürlich vielleicht mal erwähnen Das Ganze wird das keine 100% Let's Play, ne Ähm Warte mal, hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss Oder es gab es hier mal Wo ist denn nur der Weg? Naja, machen wir erstmal die weg, würde ich sagen Ich kann mal hier irgendwas machen Tatsache Das Ding zeigt mir den Weg Und das leuchtet dann bis alles dahin Und dann geht der Weg auf zum Schloss, sehr schön Hurra, jetzt kommen wir weiter Das haben wir gut gemacht Schön, schön, schön Das ist doch sehr super, ja Ah, da ist ein Funkelkristall Er ist ein greifbarer Beweis deines Könnens Diese Kristalle strahlen vor Kraft und werden die sicher noch einmal sehr nützlich sein Okay Uh, da gibt es da einige Also auch das ist so eine Sache Ich hoffe, dass man ihn nicht alle braucht Weil 100% von der Heistens alle einsammelt Wir sammeln das die ein, die wir einfach entdecken Also machen wir das keinen Stress Und ich muss das nicht unbedingt hier irgendwie 100% schaffen Oh, was geht denn da hinten ab? Oh nein, der König ist im Schloss Dann würde ich sagen, auf geht's Und hier kommen sie langsam Äh, Don Können wir die mit unserer Kraft wegmachen? Ach, wir haben ihn gestärkt und jetzt kann er die wegmachen Ich bin mir sehr unmistisch, warum meistens sie ist Schön Oh ja Oh, den hätte ich jetzt helfen können Hallo Ich glaube es aber Machen wir das auch noch etwas stärker? Ne, den kann man nicht stärker machen Ne, wenn ihr auf einmal so auf einen Zug kommt Kannst du mal das Heidhaspirative Leben verliert So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich kann mal hier wieder zurück Warte, mit einem Zorn, was hier Rest noch ist Nehmen ein paar Dornen, die sehr aufwendig sind Gibt's hier bestimmt irgendeinen Easter Egg oder sowas Was mir nicht mal Münzen beeinsamen kann Ist ja gesagt, ich will eigentlich keinen 100% machen, aber Okay, kümmern sich die sind drum Das ist super Machen wir den auch noch ein bisschen Okay, den kann man nicht mit hier machen, hilft ja nix Aber die schaffen das noch nie im Leben ein zweites Ding weg zu machen Da kann man doch bestimmt ein bisschen helfen Aua Okay, haben wir es im Eintal vergessen Aber jetzt kommen wir durchs Ich muss es nur mit meinem Leben haushalten, weil das wird mir jetzt ein bisschen kritisch Das ist die Festfunkelkraftpilz Gemeinsam können wir sie nutzen, denk ich Okay, wo sind wir denn? Hier gelandet Ui Ui Was sind wir denn jetzt? Ey, ist Wettkämpfer Ja moin Ist Wettkämpferin Pizza also Okay, 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 okay Passt Ne, äh Festerin Der macht Sinn, wenn wir hier im Festding sind, dass es dann Fest und nix Wettkämpferin ist Aber okay So Die Festerin So ist es aus Oh Ich muss mal gleich ein bisschen, ähm Okay, das geht direkt mit B Ja, Taka magst du gleich es für lieber, weil da kann man mit B alles weghauen Was einen hier meint, in die Quere kommen zu müssen So, arbeite ich sehr gerne Natürlich machen wir auch noch das auf der anderen Seite hier alles weg Schön Aber auch die letzte machen wir weg Gut, wie gesagt, ich habe eins im Fuckelteil irgendwo auf dem Weg, äh, missachtet So, was kann so mal passieren Wie gesagt, mein Aim ist es Ey! Mein Aim ist es nicht 100% irgendwie zu sammeln Ne, ne, das habe ich wirklich nicht vor Man muss einfach schauen wie es läuft, ne Basically Und danach rüßt es mir ein bisschen Schön, nochmal wieder eins bekommen Nicht ein Schritt weiter Das sehe ich anders So Ach, die machen wir einfach alle Wir spämmen einfach unsere, äh Schwertattacke Und damit machen wir sie alle easy Ähm Ja, tun wir die alle ins, äh Sonst willen versinken Und da kommt gleich wieder neue nach Dies mocht mir gar nix Kommt nur her Wenn ihr meint, euch mit mir anlegen zu wollen Aber dies wird ein Fehler sein für euch Bäm Na komm Schön Also bis jetzt ist gut machbar Weil es sagt, die Schwierigkeit wirst du noch kaum in diesem Spiel Ähm Kommt Zeit Kommt Rat Aber bis jetzt Läuft's Das macht aber eigentlich Spaß So die Art von Game Das ist ja kein klassisches Mario-Thumpen-Run Das ist einfach mal was Neues Das ist wirklich, muss ich sagen Einfach mal was Neues Find ich cool Jetzt hören wir hier auch so neue Wege Ähm, Wege Warte mal Bist du an einer Bist du an einer Interessant aussehenden Du bist an einer Interessant aussehenden Stelle Dann drücke es halt älter Es wird eher um zu posieren Aha Und was passiert jetzt hier? Oh Wir haben ein paar weitere Gegner Die wir niedermetzeln können Übung ist hartet bei sowas generell nie Hier Und da gibt es einen weiteren Stern Schön Und jetzt machen wir nochmal das Und dann kommen wir nämlich wieder Ich dachte einen zurück nach oben Aber nach unten auch gut Oben unten ist ja alles dasselbe Oh ja, wir haben uns für ein Satientheater Da müssen wir wohl eingreifen Hier kann man ja nix irgendwie umhauen Nein Wäre auch so schön gewesen Um wahr zu sein Aber hier haben wir einfach mal alles weg Was hier irgendwie im Weg ist Und sagen wir auf jeden Fall unser Herz ein Weil Herzensaden nie Und hier haben wir wieder ein paar Gegner Und der eine sieht mir auch ein bisschen unangenehmer aus Ähm, wenn der Gleis kommt Aber so ist es halt Ja, die könnte ich dann nachher auch besser wehren Allen voran, ähm, wenn die dann von hinten sind Oder ein Silt haben Ähm, und dann sind es halt mehrere die auf einen losgehen Also es kann schon ätzelt werden Mit der Side Ähm So und ich glaub der Freund Seas nimmt auch bissl ähm Aua Au! Der, der, der macht ähm Naja, scheiße Wie viel Leben hat denn der Typ noch? Ich glaub es wird gar nicht, weil es nur gegen sein Siltau So So geht's also Gut, das war schmarrt Aber leider ein paar Leben verloren, um das herauszufinden Aber das ähm, ja, bekommen wir hin Also das wird wirklich kein skillhaftes Gameplay sein Weil Skills hab ich nicht Ähm, wir werden auch das andere und andere Mal ein Game Over haben Die, die meinen Kanal sind länger verfolgen, die kennen das Prozedere ja auch irgendwie so Äh, ist ja eigentlich nix neues So Die machen wir alle weg Der kommt nur her Dann seid sie dran So Herz nehmen wir natürlich sehr gerne an, weil Leben brauchen wir immer Da kann man nie genug von haben, das ist ganz, ganz klar So Boom Boom Das Teil ist weg Und auch das Herz dazu sagen wir So Bloß nicht sein Ach komm Wollt einiges hoch springen Ey Aber das ist das Leben auf unnötige Weise wieder verloren, aber wurscht was passiert Also das macht ja wirklich dann sehr, 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 sehr sinnlos und zu sehr random Leben verloren Da einfach nicht wohnen, dann ist es normal Also das ist wirklich normal bei mir basically So Und hier sind wir schon, da ist der König Und der wird also ähm Ja Ja Da muss man was gegen tun Wir sehen so ne Aber ich glaube Da kommt noch ein Boss Denn hier hat dieser Boss das sagen Unter dem seien wir nicht vorbei zu kommen Was uns hier erwartet Das Team Leute Sehen wir im nächsten Part Bis dahin Macht's gut Und ciao Bis dahin